Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Cocktail-Video hier von meiner Bar. Heute ist in den USA der internationale Tag des Rums und deswegen gibt es natürlich auch hier bei mir heute einen leckeren Rum-Cocktail. Diesmal mit dem Woodstock Spiced Rum aus dem Schwarzwald und damit mixen wir den Strawberry Rumble. Für den Strawberry Rumble habe ich mir aus dem Schwarzwald den Woodstock Spiced Rum ausgesucht. Spiced Rum, das bedeutet, dass wir hier einen Rum haben, der im Nachgang nochmal aromatisiert wurde. In diesem Fall zum Beispiel mit Vanille, Honig, aber auch mit Bitterorangen. Für unseren schmackhaften Rum-Cocktail brauchen wir neben dem Spiced Rum auch noch etwas frischen Limettensaft und Aquafaba, ihr kennt das, ihr könnt natürlich auch Eiweiß nehmen, ansonsten Campari und Erdbeersirup. Für die Zubereitung benötigt ihr zunächst ein Shaker-Glas mit Eiswürfeln und dort gebt ihr 50ml des Woodstock Spiced Rum hinzu. Hinzu kommen 20ml Campari, 20ml Erdbeersirup sowie 20ml frisch gepresster Limettensaft und 15ml Aquafaba. Anschließend wird das Ganze sehr kräftig geshakt und in eine Cocktail Schale abgeseiht. Als Garnitur kommen noch ein paar getrocknete Blütenblätter auf den Drink. Und so einfach geht's, der Strawberry Rumble mit dem Woodstock Spiced Rum aus dem Schwarzwald. Ich hoffe, dieses kleine Cocktail-Rezeptchen hat euch gefallen. Wenn dies der Fall sein sollte, dann gebt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Like oder abonniert doch gleich den ganzen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich trinke jetzt ein leckeres Schlückchen dieses wunderbaren Sommer-Rum-Cocktails, sage Cheers und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.